Sie haben, wie nahezu jeder Deutsche, einen Telekommunikationsvertrag. Und fühlen sich trotzdem mit Ihrer Vertragsverlängerung alleine gelassen? Ihr Anbieter lässt Sie im Regen stehen? Oder Sie fühlen sich gar falsch und unzureichend beraten? Den Überblick über Tarife haben Sie längst verloren und Ihre bevorstehenden Vertragsverlängerungen bedeuten für Sie nur Zeit, Aufwand und sehr viel Stress? Aus diesem Grund haben wir für Sie eine Plattform geschaffen, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse eingeht. Kämpfen Sie sich nicht mehr durch einen Berg von Optionen und Angeboten. Teilen Sie uns einfach Ihr Wunschhandy und Ihre Bedürfnisse mit. Egal ob Telefonieren, SMS oder Internet. Wir kümmern uns darum, dass Ihr Vertrag jederzeit perfekt auf Sie zugeschnitten ist. Ärgern Sie sich nicht mehr mit Shopbesuchen oder Hotline anrufen. Wir übernehmen für Sie die Gespräche mit Ihrem Anbieter. Egal ob Sie einen oder einen ganzen Schrank volle Verträge haben, unser Service ist für Sie komplett kostenlos. Wir haben es geschafft, in diese undurchsichtige Angelegenheit Klarheit zu bringen. Lehnen Sie sich einfach bequem zurück und genießen Sie Ihre Ersparnis. Gehen Sie mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC auf www.verträge.de und gelangen Sie in wenigen Sekunden zu fairen Verträgen. Mehr Zeit. Mehr Geld. Mehr Kontrolle. Verträge. Faire Verträge. Faire Verträge.